Hey du. Ich will pissen, aber das kann ich nicht, weil die Kartoffelsäcke hier sind. Dann HMM. Dann Pisse oder Scheiß in deine Hose. Nein. Ich brauche meinen Anzug noch für ein Bewerbungsgespräch. Was wollen die hier überhaupt? Sicher die Bank überfallen, aber warum sagte einer, dass sie sich an der Bank rächen wollen für ihren Freund? Okay, komm. Okay, Bruder. So ihr Hunde-Kinder. Es wird in einer Minute eine Explosion geben. Bewahrt Ruhe. Wir wollen nur die Bank zerstören. Du Idiot, sag doch gleich alles, dann wissen wir es auch. Alter, was ist daran so schlimm, das zu sagen? Die sagen, dann nehme ich all unsere Pläne der Polizei, du Spacken. Du bist einfach ein dummer verkackter Mann. Hey, Alter, nenn mich nicht Nummer verkackter, du ausgerottete Mist. Ich bin keine ausgerottete Mistgeburt, du asozialer Arsch. Leute, du Knob, halt deine Fresse, du Kack-Knob. Fickt euch alle, ihr Arschlöcher. Oh mein Gott, der hat Kenny getötet. Dieser Schwein. Heilige Scheiße. Scheiße, wir müssen hier weg. Okay. Toll, jetzt hab ich in meine Hose gepisst. Und dann hab ich in meine Hose gepisst. Falls Sie was brauchen, rufen Sie mich bitte an. Okay. Hi, Bankautomaten-Fan-Hack. Hi, Alter. Ja, Boss. Deine Bank wurde ausgeraubt. Gefickte Verbrecher wollten deine Bank zerstören aus Raffe. Und alternativ, keine Hose. Leider haben die Esbeschafft auch noch das Geld zu klauen. Alter, das war extrem hart drinnen. Hey, Automatix. Ja, Alter, mir geht's gut. Ich muss jetzt zu meinem Boss. Jo, also bis später. Ähm, Boss, ich bin da. Och ich bin da, wie schon einig. squash ist ja. Whenever würde er fedele einen K Disability ein. Ähm, Boss, ich bin da, wie schon sehr gerne dran. Alles klar. Och Germany, ist ja nun eben, weil ich Ni einen Pick ailles Marcin ein.